Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin TomTom von TomTomTV und in dem heutigen Video geht es um das Thema Drohnenrechtslage in Österreich. Also sprich, was brauchst du alles um legal 2021 mit deiner Drohne fliegen zu dürfen. Let's go! Das habe ich zwar jetzt noch nie gesagt, aber in dem Fall wäre es mir echt wichtig, wenn du bis zum Ende des Videos dran bleibst. Denn die neuen Drohnengesetze bringen nicht nur viele gute Veränderungen, sondern auch eine schlechte Veränderung. Also sprich, wenn es dir wichtig ist, nach 2023 weiterhin mit deiner Drohne fliegen zu dürfen, schau dir das Video bis zum Ende an, weil da erkläre ich, was wir dagegen tun können. Also, let's go! Du hast vielleicht zu Weihnachten gerade eine neue Drohne bekommen oder bist schon seit längerem im Drohnen-Business unterwegs und hast jetzt gehört, dass es seit 01.01.2021 europaweit einheitliche Drohnengesetze gibt. So, was heißt denn das und warum ist das denn so? Fangen wir mal damit an. Da ist es mir zum Beispiel passiert, dass ich bei der österreichischen Luftbehörde Ausdruckkontroll angerufen habe, um mich zu erkundigen über einen Flug meiner geliebten Phantom 4. Und die Aussagen, die ich dort bekommen habe, wurden am nächsten Tag bereits wieder widerlegt. Wieder widerlegt. Mir ist es so vorgekommen, dass die Behörde einfach komplett überfordert mit dem extrem boomenden Drohnenmarkt. Aber keine Angst, das war mal. Mittlerweile ist Ausdruckkontroll ziemlich auf Zack. Liebe Grüße an Ausdruckkontroll, falls das jemand von Ausdruckkontroll sieht. So war es dann so, dass ich mich dann schlussendlich durch irrsinnig viel Internet vorangelesen habe und am Ende dann einfach einen dreitägigen Drohnenkurs in Wien absolviert habe und dann einen Drohnenpilotenschein gemacht habe. Also sprich, ich war somit Certified Drohnenpilot und durfte Drohnen fliegen. Allerdings hat dann alleine nur noch die Genehmigung, dass ich ein Jahr in dem österreichischen Luftraum fliegen darf, bereits 300 Euro gekostet. Aber wie gesagt, das war mal. Denn jetzt gibt es hier neun europäischen einheitlichen Gesetze. Was ändert sich hier und was musst du beachten bei deiner Drohne? Schritt 1. Du kaufst dir eine Drohne oder besitzt eine Drohne. Dann, was du als allererstes gleich tun solltest, ist diese entsprechend Haftpflicht zu versichern. Viele Leute glauben immer noch, dass die normale Haushaltsversicherung auch Drohnen deckt. Das ist aber nicht so. Also Achtung, das allererste, was du brauchst, wenn du Drohnen fliegen möchtest, ist eine gültige Haftpflichtversicherung. Kurz an der Stelle noch ein Wort zu meiner Drohnenversicherung. Falls du dir jetzt denkst, oh Gott, ich habe meine Drohne noch nicht versichert, dann habe ich genau die richtige Versicherung für dich. Normalerweise dauert es nämlich zwei bis drei Wochen circa, bis du dich mit einer Drohnenseriennummer online registriert hast und dann eine gültige Haftpflichtnummer per Post zugesendet bekommst. Meine Versicherung Air & More kann ich euch nur empfehlen. Hat mir da schon ziemlich den A** gerettet, wenn ich so sagen kann. Denn zu meinem Mini 2 Review habe ich mich genau einen Tag vorher in die Drohnengesetzlage eingelesen, weil das ja Anfang des neuen Jahres war. Und da habe ich dann schnell festgestellt, ohne einer gültigen Haftpflichtversicherungsnummer komme ich hier nicht weit. Darum vielen Dank nochmal an Air & More, denn die stellen das innerhalb von 24 Stunden online zur Verfügung. Hast du jetzt eine Drohne, die unter 250 Gramm ist, unter 250 Gramm zum Beispiel die DJI Mini 2, darfst du ohne Probleme fliegen. Apropos DJI Mini 2, der Serienfehler, den ich in meinem letzten Video entdeckt habe, was ihr euch übrigens hier anschauen könnt, der ist bereits behoben. Also falls du noch mehr über die kleine Drohne erfahren willst, schau dir einfach hier mein Review dazu an. Also falls du eine Drohne hast, die unter 250 Gramm schwer ist, also sprich die Miniserie von DJI, dann brauchst du einfach nur eine gültige Versicherung und darfst somit bis zu 120 Meter legal in der Stadt fliegen. Schritt Nummer 2. Falls du eine Drohne hast, die jetzt über 250 Gramm schwer ist, also im Prinzip eh alles außer der DJI Mini Serie, dann brauchst du noch zusätzlich, das ist jetzt ganz neu, einen Online Multiple Choice Test. Diesen Online Multiple Choice Test kannst du ganz einfach online machen. Im Prinzip weite dich einfach ein mit den Basics in das Drohnengesetz, also sprich was darfst du, was darfst du nicht, was musst du beachten, was musst du nicht beachten. Falls du das noch nicht gemacht hast, in meiner Videobeschreibung findest du alle nötigen Links, sowie Lernmaterial, als auch die Links zu dem Test selber. Keine Sorge, falls du den Test beim ersten Mal nicht schaffen solltest, kannst du so oft wie du willst antreten. So, hast du dann den Online Multiple Choice Test geschafft, eine gültige Versicherungsnummer, kannst du dich somit online registrieren, das kostet glaube ich einmal 30 Euro, also im Verhältnis zu den 300 Euro von den Vorjahren ziemlich wenig. Und du bekommst dann eine Nummer, im Prinzip ist das wie ein Kennzeichen und diese musst du dann auf all deinen Geräten anbringen. Also, ganz simpel. So wie es aber immer ist, gibt es natürlich auch hier wieder eine Ausnahme und zwar die Drohnenkategorie A2. Also sprich, falls du eine Drohne hast, die über 900 Gramm schwer ist und unter 2 Kilo, zum Beispiel die Phantom 4 Serie, denn die wiegt 1,4 Kilo oder die Mavic 2 Pro Serie, die werden wahrscheinlich auch einige von euch haben, dann musst du einen zusätzlichen Test bei der Behörde abschließen. Und das hat mich hier ein bisschen sehr frustriert, denn ich habe ja vor 2 Jahren bereits einen Test bei der Behörde gemacht, also genau das gleiche muss man jetzt nochmal machen, nur all die alten Zertifizierungen sind nicht gültig, was das neue Gesetz betrifft. Man muss jetzt nochmal zu der zugehörigen Behörde fahren und einen neuen Multiple Choice Test absolvieren. Wenn du das dann gemacht hast, darfst du Drohnen der Kategorie A2 betreiben und darfst sogar bis 50 Meter Nähe zu unbeteiligten Personen fliegen. Also, ziemlich cool für Aufnahmen. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Schritt 1, was du brauchst, um legal zu fliegen, eine Drohnenhaftpflichtversicherungsnummer. Schritt Nummer 2, wenn du eben eine Drohne fliegen magst, die schwerer als 250 Gramm ist, musst du einen zusätzlichen Online Multiple Choice Test bestehen. Wenn du das dann hast, kannst du dich ganz einfach online registrieren, einmalig für 30 Euro und kannst somit legal fliegen. Kategorie A2 brauchst du dann noch einen zusätzlichen Test bei der Behörde. Hierzu gibt es leider sehr schwer Lernmaterial, also da hat die Behörde extra nichts vorgegeben, damit man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber ich habe natürlich auch ein paar nützliche Infos und Links, mit denen du gut lernen kannst und die Prüfung sicher easy bestehen kannst in meiner Videobeschreibung. Und jetzt noch ganz kurz zu dem Thema, was ich am Anfang angesprochen habe. Die neuen Gesetze machen es nicht nur einfacher, billiger und unkomplizierter mit einer Drohne fliegen zu können, sondern sie bringen auch ein kleines Problem, sage ich mal, mit sich. Denn es steht aktuell so geschrieben, dass alle Drohnen bis 2023, die keine gültige CE-Zertifizierung haben, nicht mehr bzw. extrem eingeschränkt fliegen dürfen. Was bedeutet das jetzt? Was ist eine CE-Zertifizierung? Eine CE-Zertifizierung ist im Prinzip das Gütesiegel vom Hersteller selber. Da steht auch oben, in welche Kategorie deine Drohne fällt. Und sie sagt eben aus, dass diese Drohne auch für diesen Luftraum geeignet ist. Allerdings, wie das Gesetz sagt, gibt es bis dato keine einzige Drohne mit dieser gültigen CE-Zertifizierung. Obwohl jetzt zum Beispiel meine Mini-2-Drohne diese ganzen Kriterien erfüllen würde, darf diese CE-Zertifizierung nicht mehr nachträglich auf der Drohne angebracht werden. Und da ich nicht nur als Zivildiener bei Greenpeace, sondern auch als TomTomTV nicht möchte, dass dann irrsinnig viele Drohnen 2023 einfach so unnötig am Sondermüll landen, gibt es hierzu eine Petition, die ihr unterschreiben könnt. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt auch schon mit dem kurzen und schnellen Video zur Drohnenrechtslage, dass sich das einige gewünscht haben. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie unbedingt in die Kommentare. Ich versuche wirklich alle Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, zu, 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 zu hören. Ich habe die Aufnahme gerade beendet und dann ist mir eingefallen, dass ich noch gar nicht erwähnt habe, dass diese europaweiten Gesetze es auch logischerweise europaweit einfacher machen zu fliegen. Also sprich, wenn du alles erfüllst, um in Österreich legal Drohne fliegen zu dürfen, dann darfst du das auch in allen europäischen Ländern. Jedoch würde ich dir natürlich raten, dass du dich vorher immer noch genau informierst, ob es irgendwelche Sonderregelungen gibt. Also, abonnieren, Kanal abonnieren. Peace, peace, bye, euer TomTom von TomTomTV.